Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Walking Dead, A New Frontier Episode 3. Wir haben das letzte Mal an dieser Entscheidung Stopp gemacht. Nicht einfach draußen eine Walker-Herde. David ist draußen und entweder wir lassen ihn rein und retten ihm damit höchstwahrscheinlich das Leben. Oder wir machen es wie Clem vorschlägt und lassen ihn nicht rein, also treten zurück. Da ich jetzt eine Aufnahmepause gemacht habe, habe ich mir überlegt, was ich tun werde, und zwar folgendes. Gutes von nicht, ihr Sohn aber. Fuck! Open it. What the hell are you doing here? Ask your brother. She's trouble. Trust me. How could you do that to Clem? God, what if it had been Mariana or Gabe? What did she say? That you left her to die. No, we kicked her out. A little girl, all alone out there. Do you think Mariana could have survived that? We had rules. Clem broke them. I would have done the same to anybody. She knew what would happen. Don't feel sorry for her. To anybody, huh? You broke the rules for Kate and Gabe. And I'll accept the consequences. Unlike her. Did he suffer? Please. I have to know. But I didn't have to worry about that. He lived, Clem. What? He lived. But how? He was dying. Clem said so. AJ bounced back. He was stronger than we thought. It was... a miracle. You're lying. That's great, Clem. This is good news. How am I supposed to believe you? Clementine. Please, I'm telling the truth. Where? Where is AJ now? I don't know for sure. But he's in Richmond. Dr. Lingard took care of the boy. He'll know how to find him. Then I'm going back. None of us are going anywhere until the walker's clear. What's your plan, David? We used to store a vehicle up this way. Provisions. I came to get you set up. And? And say goodbye. I don't want you to worry about Kate and Gabe. I'll take care of my family from now on. They'll be safe with me. Not happening, David. They're my family as much as yours. Is that what you think? Last I checked. Kate was my wife and Gabe was my son. Shit. Ward it up. Nicht schon wieder ein Rätsel. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank nur Buttonmashing und nicht irgendwie ein scheiß Rätsel ohne die Zeitdruck. Ja. Was ist das denn, dass es so interessant ist? Hä? Kiste, eine Kiste. Einfach mal anschauen. What the hell is all this? These could come in handy. Don't want to just take them, but... I might be going crazy, but... I think these came from Prescott. That's Phantom Punch. I don't understand how all this got here. Like you don't know. Hey, none of this stuff was here before. I don't have a damn thing to do with it. We've only ever kept a few basic supplies here for scouts, for emergencies. Your people looted this stuff from Prescott, David. Come on, we can't know that. Who else knew about this place? Your outfit is the only one that gutted my town. This is bigger than just Prescott. There are spoils from other towns here too. Towns I heard got raided a while back. There's stuff here from the kingdom. You know how many there are already. You're not getting hurt to be honest. Who the fuck did you hurry up? It wouldn't be in this mess if you hadn't got all trigger happy on Davids family. Take cover. Oh, ich hab ein böses Gefühl. Übrigens, ich möchte nur ganz kurz sagen, das Kingdom, das finde ich eine richtig geile Referenz für die TV-Serie und halt die Comics. Ich kenne sie jetzt nur aus der TV-Serie. Aber trotzdem nice. Fuck'em. I'd do that little bitch again just to see her head pop. You sure as hell are stupid, ain't ya? You only just realizing that now? I told you. Joan is on the warpath. Last thing we need is people getting wind of all this stuff. Look at all this shit. We're freaking rolling in it. I'll give you that. Just glad we found some more smokes. That shit is the new gold. None of this shit belongs to you, assholes. David? I thought better of you, Max. I really did. David, come on, man. We're a unit. There's no need for... Stop him! He's getting away! Go! Get Badger! Okay. So nicht. Ich weiß übrigens nicht, warum's grad ruckelt. Es tut mir leid. Ja, auf damit. Nicht! Nein! 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 Lass los! Volle Wucht! Ja, genau. Das lass du mal schön bleiben. So. So. Oh. Oh. Never sit in the junkyard. You might not let a fly in my way. Yes. If I'd have known you were David's brother, Ich hab's nicht so gut gemacht. Ich hab's nicht so gut gemacht. Ich hab's nicht so gut gemacht. Aber das wird so. Schuss! Schuss! Ja! Ah! Fuckin' Garcias! You... You shook my goddamn guts out. I'm... I'm... Fuck. Ah, you must be up good. This is for Mariana. She was a sweet little girl. Just minding her own business. Tch! Not... Anymore. Fuck her. And fuck you too. Get it over with. Come on. What are you waiting for? We've got to move. No point drawing it out. Hm. Hm. Das ist jetzt... Äh, ich... Ich würde ihn gerne halt verbluten lassen, aber... Verwandeln lassen? Hm. Nee, ich schlag ihm den Schädel ein. Weißt du was? Fuck you. Okay, warum wird sich Tripters merken? Ist das jetzt blöd, oder...? Er hat's verdient, das Arschloch. Das ist genug, Mann. Er ist weg. Ja... Nö, nö. Nö, nö, das reicht. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Und... What's that supposed to mean? What's that supposed to mean? I ain't got nothing to say. There's no use holding out, Max. The best you can do is make things right. We... We weren't doing it without support inside Richmond. Joan was in on it. We did it on her orders. She... She said we needed it to survive. I wanted to let you in, but she told me you'd never go for it. I'm... I'm sorry. It is too late for sorry, you backstabbing shitbag. Please, don't kill me. I'll help you. I'll tell everyone in Richmond about this. I'll help you get back inside. Expose her to the others. Ich glaube, das ist tatsächlich das Intelligenteste, was wir machen können, sonst wird es wieder passieren, also. Maybe he'll be useful. Thank you. Thank you. Ja, das ist... Dagegen habe ich nichts. I needed that. Kann ich verstehen. Alles klar. Alter, heftiger, heftiger Shit. Ich bin mal sehr gespannt, wie wir jetzt nach Richmond aber zurück gehen. Ich bin 관�iner, finder ich nicht. Ich bin mal sehr. Ich bin mal sehr. Ich bin mal sehr. Das Mann, der Mann, hat Mariana. Hat das gemacht, dass du besser fühlst? Ich würde nicht schäden, wenn ich dich wäre. Vielleicht bin ich schädet für dein Bruder. Ich dachte, es würde, an der Zeit. Jetzt? Jetzt, ich bin nicht so sicher. Hold on to that doubt. Es bedeutet, dass du immer human bist. Du bist nicht da. Du wirst nicht wissen, was Javi durchgebracht. Emotionen nicht so gut. Sie werden das Bedeutung für alle uns, irgendwann. Oh, und wir wissen noch, noch. Die Leute müssen wissen, was wir hier gefunden haben. Was für deine Freunde verletzten? Ich bin froh, dass du dich interessiert. Die Menschheit ist nicht genau auf der Liste der Priorität. Ich habe keine Zeit, um zu schauen. Sie wollen mich nach Hause und warnen sie. Also, das ist das, was ich mache. Die schneller, die besser. Du bist sicher, dass du nicht bleiben? Wir brauchen deine Hilfe. So tun andere. Ich werde nicht vergessen. Ich werde dich vergessen. Du hast meine Worte. Es ist ein Schittsturm. Es ist ein Schittsturm, Mann. Ich sehe nicht, wie du es schaffst. Ein Schritt an einem Zeitpunkt. Wir müssen zurück nach Richmond, schnell. Ich habe ein Lieblingsbeschern in da. Wir beide machen. Wir alle machen. Ich muss Elinor wegschrauben. Als sie sicher ist, ich... Ich werde sie erzählen, wie ich fühle. Hey, wenn die Worte nicht ausfüllen, wir müssen uns aufhören. Wir brauchen die Allies in Richmond. Lingard und Clint, sie sind unsere Bestand. Wenn ich sie vor, bis Joan geht, vielleicht haben wir eine Chance. Ich weiß, dass ich bereit war, zu sagen, aber ich kann das nicht ohne dich. Kann ich auf dich sein? Ich werde das nicht ausfüllen. Natürlich, David. Du bist mein Bruder. Ich habe das nie vergessen. Ich habe das nicht vergessen. Ich habe das nicht vergessen. Ich habe das nicht vergessen. Ich bin froh, dass du das hörst, Javi. Du und ich... Wir müssen sprechen. Wenn das fertig ist. Mhm. Wenn Lonnie aufbauen wird, sie werden uns auf den Garten warten. Es gibt einen Weg in, nach hinten, der wird uns über die Zentren. Wir können die Badger nehmen. Ich wundere, dass er nicht. Komm, wir müssen uns auf den Weg gehen. Herd's closing in. Ich nutze den Ladebildschirm mal, um mich noch mal zu entschuldigen, falls es heute in der Episode ein bisschen ruckelt. Ich habe keine Ahnung warum, aber ist halt so. Es wäre jetzt eigentlich ein guter Punkt für einen Cut, aber es ist ein bisschen früh. Ich denke, es wird viel besser, wenn wir uns verletzten. Eine große Gruppe so großartig kann nicht genau sein, besonders wenn sie uns erwarten können. Eleonore ist in da irgendwoher. Ich gehe nach ihr. Lingard hat sie in der Klinik gebracht. Das ist Ihr best bet. Javi, das ist woher du gehst, um Kate und Gabe zu holen. Dann bringe sie zu meinem Haus. Es ist die mit der Raven auf der Hitching Post. Wir werden alle dort treffen, nachdem ich eine kleine Besuchung mit Joan zu holen. Stay aus der Zeit. Sie werden einen Augenblick auf uns halten. Als ich bald kann Kate und Gabe holen, wir sehen uns zurück in der Haus. Roger that. I'll scout ahead What about you, Clem? I'm pretty sure I've still got some friends in the New Frontier If they know where AJ's being held They'll tell me As soon as I find him Taking that truck and getting the hell out of here Well, you are owed a vehicle Keep an eye on David He may be playing nice But I'd still watch your back Give me a little credit, Clem I can handle David I really hope you're right I don't know Maybe I'm wrong Maybe he's not the man I think he is Hoffentlich We'll see you when I see you 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 David said to hang a ride up at that corner Seems clear so far Let's move Wir werden sie sicher noch mal sehen in der Staffel Hoffe ich mal Aber jetzt erst mal Umso langsam Egal Okay Alles clear, oder? We go in We get help We get Kate and Gabe We get out What about our friends there? Doesn't exactly look like a welcoming committee Alright Let's hang out here for a while Smoke break Dammit We need a distraction How's your throwing arm? Ah, die Glasscheibe, oder? Ja, die Glasscheibe ist mit weg Was für Idioten Alter, die laufen einfach an den vorbei, nice Find ich gut Dann schauen wir jetzt mal, was sich in der Klinik tut Ich bin mir fast sicher, dass Kate und Gabe nicht dort sein werden Dafür treffen wir vielleicht AJ, wenn der bei dem Doktor ist Das wäre auch nice Wie alt ist der inzwischen? Keine Ahnung, wahrscheinlich so 4, 5 in der Richtung Oh doch, Kate ist... Find Al Tell her, wir müssen uns gehen, Kate Du hast es Ich will dich hier treffen Javi Javi We thought you were I was Super worried Like A lot We have to leave, Gabe Now Oh Okay I'm sorry They said you guys were denied entry It's true We're on borrowed time The people who run this place, they're ruthless We have to move Where's my dad? Is he coming? Javi Where is he? Your dad's taking care of a few loose ends And right now, he needs me to take care of you Oh Okay David has a house in town He thinks we'll be okay there Then let's go Wait, Javi While you were gone, this woman, Joan, came by I felt like she was sizing me up It was creepy She implied David was in trouble Like he was no longer in charge She kept saying Gabe and I didn't need to worry But it only made me worry more I got a bad feeling from her Joan's been running this place behind David's back She's pulling the strings What do you mean? The people who shot you Answered her She ordered raids on other settlements We found all this stuff from Prescott She was behind Prescott? David's rounding up allies to confront her right now Javi I know you wanted to try it here But this isn't our fight We already lost Mari because of these people Now, the whole place is about to become a war zone It's David's fight, Kate And we're in it with him He needs our help Kate, come on You're not hearing me This is not our problem What's going on? Tripp said we had to move to David's house We're not doing that We're getting the fuck out of Richmond before it's too late Getting out? You shouldn't even be sitting up What? What about my dad? We can't just leave him Gabe We don't even know who he is anymore We have to get away before he gets us all killed But He won't know where we are Again! I can't go back to how things were before I'm sorry I just can't We're gonna go to David's house Javi It's the best bet we got It's all we got It's all we got That's right I've got a gun in the room they gave me Sounds like we might need it I'll come with you We'll catch up with you guys Sounds good Don't It's okay, buddy She's mad at me Not you No, it's not that It's You'll think it's stupid What's up? I just wish Clementine was still with us We ran into her Really I hope she came back with you I I wish she was around I know, I know She's tough But I don't know Be nice to hear she's alright If we run into her She could really use a friend right now Yeah Me too We need to go Okay Okay Ja, we have me schon genug Zeit verschwendet Also Shush, shush, shush Jetzt Ein bisschen Beeilung Ist Davids Haus jetzt eigentlich in Richmond? Nicht, oder? Ich glaube, das ist außerhalb von Richmond, aber halt in dem Stadtgebiet Ja, genau, da in den verlassenen Straßen You know this is what David lives for, right? What? A brawl I only ever saw him truly happy when he was talking about being at war The world going to shit? I guarantee That was the best day of his life He gets to live life on the front line He definitely could get pretty warlike from time to time My jaw still aches occasionally I'll bet it does Took your damn time Come on, we have to hurry Wait a second David told us to come here He's talking to the others now Trust me, shit's about to fly He's gonna need our help We gotta get on the move He's waiting for us There's no more time to lose Get them to safety first Then we can go This is the best way to protect them They'll be safe here, don't worry Hoffentlich I'll come back for you Both of you You better Ich hab da schon so ne Ahnung Und diese Ahnung Hat mit Clementine zu tun Nur als Info, aber das werden wir wahrscheinlich nicht mehr in dieser Folge oder Episode Oder wie auch immer das von Walking Dead eingeteilte heißt Jetzt bin ich aber sehr gespannt, was David und die anderen jetzt bereden Und wie wir da jetzt helfen können Ich meine Ich hoffe, Max hat nicht irgendwie jetzt wieder die Seiten gewechselt Obwohl ich das eigentlich schon so ein bisschen denke I don't like your tone, David If this is about your brother Don't pretend like you don't know what this is about You've got a lot to answer for Me? You must be joking Javi! Kate and Gabe? Safe I knew I could count on you, brother We're gonna fix this Together Of course Kate and Gabe are safe I got your back Thank you It means a lot that you do What's going on here? We're just getting started You smuggled your brother into Richmond Despite what we agreed Clearly You have no respect for any of us This is serious, David You know we can't let this go It's over, Joan You can stop your posturing Posturing? What's this all about? She's been ordering raids On peaceful communities Sending your men to murder and loot Raiding? Joan Is this true? Do I really need to answer that? That's a serious charge You come in swinging You better have proof Here's our proof This lowlife was part of the raids I... Well, Max What do you have to say? Don't be afraid of her, Max We've got your back Me, Badger, and Lonnie We ran the ops Off Joan's orders God damn it, Max I'm washing my hands I'm washing my hands of this, man Joan How could you? The real question is How could I not? What would happen to us Without your fertilizer, Clint? Or your pills, Paul Do you think our community would survive? I did what I had to To ensure that we would It wasn't easy So you survived But at what cost? Do you even know How much suffering you've caused? I've no doubt It's less than I've prevented All of you remember the winter How much we lost Friends Lovers Children I made a promise I would never let that happen again The raids were just to keep us going Till Richmond reached sustainability We're so close So close to our dream Do we really want to risk it all By fighting amongst ourselves? We should all be on the same side of this, David On Richmond's side Surely you can see that She's fucking delusional Building a dream On the blood of innocents You don't have to tell me, brother We lost Mariana to those raids How many others lost their kids, too? I'm sorry, David It breaks my heart about your child It's It's something I'm going to have to live with Take them What the hell? Put them in a cell Until I can figure out what to do with them Don't you fucking touch me That's an order! They don't take orders from you anymore, David You're done here You put yourself before the group You won't get away with this, Joan All of this will come back on you eventually Paul, come on I'm sorry My hands are tied This is not over, Joan I have friends here Allies Scheinbar nicht, oder? Scheinbar keine Verbündete Oh, und das war's schon Okay, über dem Gesetz, alles klar Das ist nicht allzu lang, die Folge Ich hoffe, ich Macht das nichts vorbei Nee Wisst ihr was? Dann ist das wahrscheinlich jetzt eine längere Folge gewesen Weil hier eine 10-Minuten-Folge raus war Und ist nicht cool Ja Hast du den Wunsch deines Bruders respektiert? Oh, da war ich in der Minderheit 38% Behielt Mariannas Mord für sich Ja, ich mein, er hat es uns verlangt, also Vielleicht ist das das Bessere? Wow, ich mein, warum ist das Grün und Rot? Das Grüne ist ja wahrscheinlich meist das Bessere Hast du versucht, AJ zu retten? Du und 82% spritzen AJ die Medizin Ja, okay Das war beinahe ein No-Brainer Was noch? Wie ist Badger gestorben? 63% der Spieler schlugen Badgers Schädelein 5% töteten Badger schnell Aber was heißt denn schnell? Hätte ich ihn in den Kopf schießen sollen? Ist das eine Option? 25% ließen zu, dass sich Badger verwandelt Und 5% auch Der Spieler ließen jemand anderen Badger töten Keine Ahnung, wie diese beiden 5% Dinger möglich wären Also das obere mit dem Schnelltöten Ist wahrscheinlich, wenn man in den Kopf schießt Aber das habe ich nicht gesehen einfach Und das unter jemand andere Badger tötet Keine Ahnung, vielleicht wenn man ihm sagt Verwandeln, dann sagt Trip nochmal Ich mach's Ich weiß es noch nicht Keine Ahnung Egal, ich bewahrte auf jeden Fall in der Mehrheit Und war nicht unzufrieden damit Hast du Max' Angebot angenommen? 60% brachten Max mit sich zurück Ja, ich schätze mal Er hat dir die Wahrheit gesagt Also, ganz schlecht kann es ja nicht sein, oder? Und sonst? Achso, hier Auf wessen Seite hast du dich letzten Endes geschlagen? 58% hielten sich an Davids Plan Ja, ich meine, es wollte ja auch Gabe, also Die wirklich Einzige, die dagegen war, war Kate Weil Trip und Eleanor Haben ja auch eher dafür gestimmt Was aus denen passiert ist jetzt am Ende Keine Ahnung Egal, aber das war The Walking Dead Bis auf eine Entscheidung war ich eigentlich immer in der Knappen Mehrheit Ja, und dann würde ich sagen Wir sehen uns dann Beim nächsten Mal wieder Bei Walking Dead in einer halben Ewigkeit wahrscheinlich wieder Ich schätze mal Die Episode wird wahrscheinlich nicht vor Anfang Juni rauskommen Schätze ich mal Ja, und wir sehen uns dann Beim nächsten Mal Bei Let's Play The Walking Dead Oder schon bei einem anderen Projekt Je nachdem, wie ihr wünscht Bis zum nächsten Mal Sag ich Tschüss Leute Muito Besser Und Ich kann eher Was